Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe, ihr habt das Osterfest soweit gut verbracht. Wir haben ja noch ein kleines bisschen und das wollen wir weiterhin genießen. Ja, die Zeit geht schnell vorbei und die Zeit ist auch heute unser Thema. Ja, wenn man 82 wird als Königin, man ist zwar nicht die Queen von England, aber immerhin auch eine Königin. Wenn man 82 wird, dann hat man auch Geschenke verdient und so werden wir auch etwas schenken. Ich habe noch eine Tüte königlichen Botox im Schrank und das soll die Königin gern von mir bekommen. Ja, die Zeit spielt auch für Elon Musk eine Rolle. Und immer wenn man sich als Prominenter oder als reicher Mann anschickt, irgendetwas zu kaufen, er will ja Twitter kaufen, dann kommen irgendwelche Sachen, die dazwischen funken und die einen in der Öffentlichkeit ein bisschen schlechter dastehen lassen. Also wenn man eingreifen will in den Lauf der Geschichte, dann sieht man sich plötzlich irgendwelchen Gerichtsverfahren gegenüber. Das geschieht auch gerade in Frankreich. Dort ist ja nächste Woche oder übernächste Woche die Stichwahl um den Präsidentenposten. Und Marine Le Pen hat ja wohl einige Chancen, gut dabei abzuschneiden, damit sie nicht zu gut abschneidet. Auch hier gerichtliche Vorwürfe. Man kriegt die Öffentlichkeit schon dahin, wo man sie haben will. Und weiter geht's mit dem Thema Zeit. Vielleicht wird es langsam Zeit, dass sich in Europa irgendetwas verändert. Vielleicht wird das europäische Abendland ja zum europäischen Morgenland. Vielleicht aber dürfen wir auch einfach nur miterleben, wie sich religiöse Fanatiker gegenseitig eins auf die Mütze geben. Eins aber ist ganz klar, die Zeit ist reif. Und zwar reif dafür, dass Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Ampelregierung, um mal im anfangs erwähnten königlichen Jargon zu bleiben, dass diese Leute abdanken. Was dann kommt, wissen wir nicht. Vielleicht wird es besser, vielleicht wird es schlechter. Jedenfalls glauben wir, dass der Bundeskanzler bald der Vergangenheit angehört. Für uns ändert sich eh nicht viel. Wir bleiben ruhig, wir bleiben gelassen. Und wir versuchen weiterhin, unsere Meinung zu sagen und andere Menschen zu überzeugen. Leute, genießt den Rest des Osterfestes. Die Ostereier sind gesammelt. Nun müssen sie noch gegessen werden. Ich wünsche euch einen schönen Restfeiertag. Wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017